so da sind wir wieder in der folge neues glück und eins wollte ich noch machen in der letzten folge das hatte ich mal vergessen wir wollten die fähigkeit noch beibringen allerdings brauchen wir diese fähigkeiten nicht da wir keine strahlenbank haben außer auf dem rückwärtigen slot achten waffe aber ganz ähnlich lohnt sich nicht die fähigkeit einfluss nämlich nur strahlenwaffen also strahlenbänke jegliche art aber nicht die kanonen deswegen wusste ich die nicht aus so wir fangen an hätten wir erreichen den signal überträger wenn er herankommen könnten wir die übertragung abhören die sternflotte hat uns vor feindlichen schiffen in dieser gegend gewarnt also sollten vorsichtig sein es ist ja auch logisch dass da feindliche schiff rumschweben wenn die da abhören wir letzten das unbewacht und da sehe ich schon feindliche schiffe da ein bisschen gas los natürlich wieder getan damit dabei und wir haben eine neue fähigkeit woher haben wir die denn wir haben wir haben wir haben so noch mal einfliegen da sind aber noch gegner nicht mal ja noch fertig ich bin mal gespannt was uns dann gleich erwarten wird wir kommen auch langsam online aber unsere schilder halten nicht so gut stand und unsere vorderen nicht würde der gerade ankommen wurde gerade in der explosion entkommen dass wir da schaden kriegen unsere fähigkeit aktiviert aber egal so wort brauchen wir dieses nicht wir fliegen jetzt mal mit windigkeit und dann kann man da die klingonen verwenden einen subraum träger mit niedrigfrequenz um ihre gestohlene übertragung zu senden stohlenen übertragungen und wem stehlen die denn übertragungen also das ist ein bisschen unlogisch wir müssen das spektrum verfolgen um die nachricht und den empfänger herauszufinden ach warte mal die stehlen die übertragung von der stellenflotte das ist eine seltsame formulierung weil wie soll man das stehlen man kann gewissens abfangen und so oder mithören aber stehlen egal frequenzscan beginn auschen klingons in der border des sektors wiederum tachyon-sensoren um die klingons-klingons-vesseln zu erzeugen ok das sind wertvolle informationen der sternenflotte äh das muss bedeuten dass die klingonen uns abhören ja ne hast du gerade erst gesagt wir müssen das ziel des signals herausfinden höre das signal auf die klingonen lassen das signal von einem anderen repeater abheuen da sind wir nicht weit weg naja ich sehe das ding da hinten so unsichtbar ist das nicht du brauchst du mir nicht anzeigen ach nö ah ne ah ne ist kack erwischt mit den felsen ich kann auch versuchen, dass sie drehen können die haben uns echt kacke erwischt gerade jawoll sehr schön sehr gut ja, hör ab hab's ja schon angeklickt gehabt ich habe eine trägerwelle, huckepack auf dem signal des überträgers geschickt und das signal bis zu seinem ursprung verworft gibt eine heuchstation zwischen den zwei monden von omari 2 ich habe kurz auf die munde von omari 2 gesetzt ich kann ihn auf jeden befehl überhaupt ja, lassen wir den einen gegner da hinten ich weiß nicht, drei sind es wahrscheinlich aber egal die hauen ab Captain, ich erkenne ein Klingonschins-Transporter-Störfeld um den Horchposten herum das Feld wird von drei Transporter-Disruptoren aufrechterhalten wir müssen sie zerstören, bevor wir zum Horchposten runter beamen können das ist schön das ist schön erst mal den den da sind bestimmt wieder drei ach noch ein bisschen näher ran so Treffen Treffen ok, ich werde schnell von dir ja das Feld wird schwächer das ist doch schön will ich auch hoffen, wenn ich in die Dinger in die Luft jagd dass es uns etwas bringt hexaflu Ingler Gas nicht Glas das wäre auch nicht schlecht machen wir mal den da und auch einen nicht und weitere Klingonschiffe der Klingonen um die Einrichtung zu schützen ja, das dachte ich mir aber sollen sie ruhig die machen sie jetzt fertig eigentlich ww ist das richtig so wie auch nicht wie Wenn der weg ist, dann nehmen wir uns den Kreuzer vor. Jawohl, los, auf da, feier frei. Sehr schön. So, da hinten ist der nächste. Ich könnte eigentlich mal gucken, vielleicht, wenn wir da sind. So, einmal U gedrückt. Hier nehme ich wieder Schildbatterien und so viele Waffenbatterien, die rüsten wir wieder aus. Und dann greifen wir an. Die Transporte sind wieder funktionsbereit und lasst mich raten, wir sollen darauf beamen. Ja. Das Störfeld ist aus, sobald sie bereit sind, können wir ein Team zum Heuchposten schicken. War doch so klar. Ja. Na gut. Könnt ihr einfach oben trompen, aber naja. Wohlt er nicht. So. So. Und doch Klingonen. Habe ich doch richtig gesehen. So. Na na. Sehr schön. Waffenlager plündern. Sie erkennen den Behälter als Vorratskiste für kommunische Waffen, wahrscheinlich des Rupptopp, Pistolen und Buttlets. Wenn sie die Verriegelung umgehen können, finden sie vielleicht etwas nützliches. Das Sicherheitsschloss lässt sich nicht leicht knacken, aber sie können einige Schaltkreise entnehmen und sie in andere Reihenfolge einsetzen. Okay. Wenn sie den Stromkreis in eine aufsteigende Sequenz bringen, können sie das Schloss öffnen. Okay. Aktuelle Reihen. Okay. Zweiten und Dritten. Ersten und Zweiten. Zweite öffnen. Das war einfach. Okay. Das ist ein Disruptor-Strahlen-Gewehr und Klingonisches Buttlet. Wir gucken, das ist besser als unseres. Hm. Hm. Nicht wirklich, ne? Mal obwohl. Wir rüsten es einfach mal. Und den ist dort aus. Dann wäre... Ihre Waffe. Lennart, du hüpfst doch mal so auf die Feinde zu. Bitteschön. Jetzt Buttlet. Und die den guten Phaser. So. Einmal neu sortiert. Wir wechseln mal zu der Waffe. Die wir gerade bekommen haben. So. Duranium. Und dann Bomben legen. Wir spielen wie der Taliban. Hey. Wir sollten das Spiel echt Taliban im Weltrum nennen oder so. Das ist irgendwie besser. Ich bin gespannt, wie das Ding schießt. Sprengenladungen sind geladen und bereit, Sir. Wir müssen herausfinden, welche Informationen dieser Hochprosten abgefangen hat. Wir müssen uns zum Computercamp vorkämpfen und ihre Aufzeichnungen hochladen. Genau wie bei Hochprosten im Leggy-System. Unsere Raumladungen sollten die Sicherheitstüren aufspringen können. Das ist toll. Da kommen aber Klingonen. Uh. Ich glaube, ich mag die Waffe. Sehr schön. Oh, die Waffe gefällt mir. Die Tür ist verriegelt. Wir können sie mit einer Sprengenladung aufnehmen. Ja. Dann springen die mal auf. Ähm. Wo ist jetzt da oben? Ach, da kommt schon der Klingon raus. Ne. Leider. Das war lustig. Ausländer. So. Ein bisschen geschützt. Dann tippen wir hier wieder rum. Wie immer. Ups. Die stehen ja noch darum. Warten geduldig. Auf ihren Tod. Jetzt geraten sie nicht mehr. Ich glaube, die mochten nicht, dass wir das Gas geholt haben. Es ist auf den Klingonen. Kann ich mir so vorstellen. Und wieder getonen weg, ne? Ähm. Das ist der Undine. Oh mein Gott. Er ist weg. Dies war ein undinischer Eindringling. Sie manipulieren sicherlich die Situation, um die Klingonen und die Föderation gegeneinander aufzusetzen. Und wertvolle Informationen in die Hände der Klingonen zu spielen. Dies macht es umso wichtiger, dass wir diese Informationen zurückgewinnen. Wir müssen den Computerkern mit unserem Schiffscomputer verbinden. Ja. Dann mach doch mal. Statt das nur zu erzählen. Mutant Commander, gerade haben die Sensoren auf der anderen Seite des Mondes ein Undinen Schiff ausgemacht. Sie haben jemanden an Bord gewinnt und fliegen jetzt in das Kometen-Trümmerfeld. Jetzt gehen sie sofort zum Schiff zurück. Na gut, Oma. Ja. Machen wir. Na, der Bildschirm. Und da sind wir. Und da sind auch schon. Ja. Kämpfe gegen das. Öfter und ihn. Wir kämpfen auch mal gleich dagegen, falls wir in Reichweite kommen und das nicht weiter abhaut. Endlich. Ja. Das war Torpedos. Okay. Wir wenden mal eine der Waffenbatterien. Autsch. Das hat weh getan. Das hat weh getan. Okay. Unwahrscheinlicher Allianz. Die Klingung ohne den Rufen uns zu. Sie haben uns in der Krieg geholfen. Und ich respektiere Ihren Freude. In honor an Ihren Aktionen gegen die UND. Wir werden dich nicht destruieren. Heute. Nächste Mal. Du wirst nicht so glücklich sein. Vielleicht kämpfen wir eines Tages wieder Seite an Seite. Käpt'n. Käpt'n. Ich habe kurz zum Verlassen des Systems gesetzt. Ach ja. Nur so. Verlassen blablabla. Schauen wir ab. Ja. Da hätten wir noch Gas oder sowas gewesen. Egal. Wir rufen wieder. Gute Arbeit. Du hast ziemlich einen Namen für dich selbst in Starfleet. Ja, ne? Für dich auch. Herzlichen Glückwunsch, Lieutenant Commander. Yay. Wieder einen Level ab. Rettung der Forscher. Starfleet hat mit der Federations-Science-Station in dem Kassei-Systeme verloren. Denn alle Kommunikation von Kassei-2 müssen durch ein Satelliten, das für die METREON-Izotopien in dem System kompensiert wird. Es kann sein, dass die Kommunikations-Arreie braucht. Bitte machen die notwendigen Kassei-2 für die Kommunikations-Arreie. Und re-establishen Kontakt mit der Science Station. Dann können wir irgendwas machen. Bilder mal. Achso. Angestellt. Beginnen wir. Beginnen wir. Ich mach dir einfach mal alles weg. Keine Ahnung. Ob man das nicht so genau an, was da alles ist. Wir können mal persönlich gucken. Keine Ahnung. Wir haben noch zwölf Plätze frei. Oh. Aufträge von Tarsi. Nix. Okay. Also nichts, dass wir erfüllen können. Da waren bestimmt welche, aber keine Liebe, wo wir die Voraussetzungen für haben. Planen. 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 Sind wir ein ziemliches Rumge-Clicker eigentlich. Äh, nicht in der Abteilungsseite wollte ich nicht. Planen. Was mehr haben wir nicht? Ach, wir haben keinen Wissenschaftler mehr. Gut. Medizinisch. Vielleicht. Nein. Taktisch. Nein. Taktisch. Da haben wir einen. Nö. Oder war er bei taktisch und ich hab ihn nur zu schnell weggedrückt. Ja. Gut. Jetzt haben wir aber keinen mehr. So. Einmal umgedrückt. Wir haben hier nämlich eine neue. Die genauso ist wie unsere. Dann kriegt die mal. Na gut. Der hat nämlich noch eins. Also Stufe 0 Mark 0. Sortieren. Wir fliegen gleich mal dahin. Wie immer. Und während wir fliegen. Mach ich wieder erstmal Schluss. Ich glaube es ist nicht so weit. No. Geht noch. Ach ne. Warte. Wir müssen erst die Fähigkeiten noch kaufen. Das vergesse ich immer. Und wenn wir noch nicht hier unten. Dann machen wir hier mal. Bissere Schild. Wiederherstellung. So. Aber jetzt können wir dann ein Ende machen. Und wir sehen uns dann nachher in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.